Willkommen bei Flower TV im Laden von Ton Versaill. Hallo Ton. Hallo Jakob. Ihre Blumen sind prächtig ausgestellt. Das schaffen Sie immer wieder. Oh, Ihnen gefällt das auch so. Aber es ist nicht gut. Nicht? Überhaupt nicht. Warum nicht? Es mag wie eine große Blumenschau aussehen, aber so verkauft es sich nicht. Und wie dann? Man sollte es nach Farben ordnen. Dann kann man nämlich viel leichter die Blumen auswählen. Na dann legen Sie mal los, Ton. Und die Kunden reagieren gut darauf.